Heute sprechen wir über ein Ereignis, das als eines der bedeutendsten in der Geschichte des Internets gilt. Den Ausfall des autonomen Systems 7007. Dieser Vorfall legte weite Teile des gesamten Internet-Slam und zeigte die Schwachstellen in der globalen Netzwerkinfrastruktur. In einer Zeit, in der wir immer stärker auf das Internet angewiesen sind, immerhin basiert ein Großteil unserer Infrastruktur darauf, sollten wir uns das vielleicht nochmal ansehen und schauen, was wir daraus überhaupt gelernt haben. Obwohl der AS-7007-Ausfall bereits vor einigen Jahren stattfand, können wir noch immer sehen, was sich seither verändert hat. Ein erfolgreiches Beispiel für Lernen aus Fehlern sozusagen. Ahoi meine Cybernauten zu diesem Video. Es erwarten euch spannende Insights wie Ursachen, Analyse und die unmittelbaren und langfristigen Auswirkungen des Vorfalls in diesem Video. Mal schauen, was wir noch heute daraus mitnehmen können. Um den AS-7007-Ausfall besser zu verstehen, taugen wir zunächst in seine Geschichte und den Kontext ein, der dem Ganzen vorausging. Das Internet besteht aus einer ziemlichen Vielzahl an autonomen Systemen. Ich habe es ja schon in der Netzwerktechnik-Reihe ein bisschen besser beschrieben als das Netz aus Netzen, das wir eigentlich unser Internet nennen. Die aber alle miteinander verbunden sind, sonst wäre das nicht so eine Struktur, wie wir sie kennen. Eines dieser autonomen Systeme war das berühmte AS-7007, betrieben von einem Internetanbieter namens My Network Services. Das AS-7007 war ein wirklich wichtiger Knotenpunkt im Netz. Am 25. April 1997, also vor ca. 26 Jahren, ist es dann passiert. Eine Fehlkonfiguration im AS-7007 führte zu einem Netzwerkausfall, der das Internet weltweit beeinträchtigte. Stellt euch vor, ihr merkt, wie es langsam aber sicher schlimmer wird und immer mehr Netzwerkpakete einfach verschwinden. Die Verantwortlichen realisieren langsam, dass etwas Mieses passiert ist und dass sie schnell handeln sollten, um das Chaos noch in den Griff zu bekommen. Grund dafür? Ein einzelner Tippfehler in einer Konfigurationsdatei setzte eine Kettenreaktion in Gang, die recht spannend ist, die aber letztlich zu einem der größten Netzwerkausfälle der damaligen Zeit führte. Diese Fehlkonfiguration verursachte Routing-Anomalien, die sich im gesamten Internet verbreiten konnten und zu erheblichen Störungen führten. Der AS-7007-Ausfall ist ein spannendes Kapitel in der Geschichte des Internets und ein Beispiel dafür, wie ein winziges Detail enorme Konsequenzen haben kann. Ein winziges Detail, fragt ihr euch. Exakt. Wisst ihr aber, was im Jahr 1997 auch noch passiert ist? Unser Sponsor Hetzner wurde gegründet. Hetzner bietet euch erstklassige Server-Infrastruktur und ein umfangreiches Portfolio an Web-Hosting-Lösungen, um eure eigenen Projekte ohne Ausfall zum Erfolg zu führen. Egal ob ihr Informatiker, Entwickler oder einfach nur Technik begeistert seid, Hetzner hat das richtige Angebot für euch. Hetzner hat jetzt auch ganz neu den AX52-Server im Angebot, den Nachfolger des Modells, das wir für die Bootstrap Academy nutzen. Ein schmackhafter Ryzen 7 7, 64 GB DDR5 RAM und 2x 1 TB NVMe SSD. Damit könnt ihr wirklich riesige Anwendungen hosten und wem das zu groß ist, für den gibt es natürlich auch noch andere Angebote. Deswegen checkt direkt den Link in der Beschreibung. Ein großes Dankeschön an Hetzner für das Sponsoring dieses Videos und die Unterstützung von Informatikern und Technikbegeisterten hier. Jetzt aber zurück zum AS 7007 und dem Ausfall, der uns das Fürchten gelehrt hat. Lasst uns doch mal einen genaueren Blick auf die technischen Aspekte des AS 7007-Ausfalls werfen. Das Internet ist ein komplexes Geflecht aus Routern, Switches und autonomen Systemen. Ein autonomes System, also ein AS, ist im Kern eine Sammlung aus kleineren Systemen. Im Zentrum dieses AS 7007-Ausfalls stand eine fehlerhafte Konfiguration, die den Datenverkehr im Netzwerk durcheinander brachte. Durch die Fehlkonfiguration wurden die Routing-Tabellen von anderen autonomen Systemen beeinflusst, was zu einer wilden Weiterleitung von Datenpaketen führte. Das wiederum führte dazu, dass eine Vielzahl von den anderen Systemen nicht mehr richtig oder gar nicht mehr erreichbar waren. Die Fehlkonfiguration im AS 7007 war das Ergebnis eines simplen menschlichen Fehlers. Ein Administrator hatte versehentlich eine falsche Konfigurationsdatei auf einen wichtigen Router im Netzwerk geladen. Ihr seht hier ein Beispiel, wie so eine Datei aussieht. Solche Router sprechen über das Protokoll BGP, das Border Gateway Protokoll. Es wird genutzt, um verschiedene autonome Systeme miteinander zu verbinden, damit die also überhaupt miteinander reden können sozusagen. BGP ist ein Standard Exterior Gateway Protokoll, das zum Austausch von Routing-Informationen zwischen den autonomen Systemen verwendet wird. Es ermöglicht den autonomen Systemen zu wissen, welche Pfade sie wählen sollen, um Datenpakete von einem Ort zu einem anderen im Internet zu transportieren. In einfachen Worten, BGP ist wie das Navigationssystem des Internets. Es hilft den Routern, den besten Weg zur Übermittlung der Datenpakete zu finden, die schon da sind und die halt woanders hin müssen. Und eben dadurch sicherzustellen, dass die Daten so am richtigen Ziel auch ankommen. Die Datenpakete selbst sagen ja eigentlich nicht, wo genau in welchem autonomen System ihre Ziel-IP liegt. Die sagen nur, zu welcher IP-Adresse sie eigentlich hinwollen. Und die Router müssen dann wissen, was der beste Weg ist. Wenn das BGP also fehlerhaft ist, bedeutet das also, dass quasi die Wegbeschreibungen im Internet durcheinander geraten und die Datenpakete möglicherweise gar nicht am gewünschten Ort ankommen. Diese Fehlkonfiguration sah vermutlich ungefähr so aus. Die Routen wurden in Slash24-Präfixe deaggregiert. Deaggregiert bedeutet in diesem Kontext, dass die ursprünglich zusammengefassten IP-Adressbereiche, also die Präfixe, in kleinere, spezifischere Teile aufgeteilt wurden. In Netzwerken werden IP-Adressbereiche oft aggregiert, also zusammengelegt im Endeffekt, um die Routing-Tabellen übersichtlich und effizient zu halten. Aggregierung bedeutet, dass mehrere zusammenhängende IP-Adressbereiche in einem einzigen Eintrag in der Routing-Tabelle zusammengefasst werden. Im Fall des AS7007-Ausfalls wurden jetzt die ursprünglich aggregierten Routen wieder in 24er-Präfixe deaggregiert. Ein 24er-Präfix entspricht einer IP-Adressreichweite von 256 Adressen, also 2 hoch 8. Durch diese Deaggregation wurden die Routing-Tabellen anderer Autonomsysteme mit einer Vielzahl von kleineren, aber genaueren, also spezifischeren Präfixen überschwemmt. Die Deaggregation führte dann dazu, dass die betroffenen Router den Datenverkehr eben falsch weiterleiten, weil, naja, die neuen, spezifischeren Präfixe werden normalerweise eben bevorzugt. Die ursprünglichen vorhandenen Routen wurden im Vergleich zu den neu hinzugefügten deaggregierten Routen als weniger spezifisch angesehen, was sie ja auch waren. Und Router tendieren grundsätzlich dazu, spezifischere Routen zu bevorzugen, weil die gehen nämlich davon aus, dass je spezifischer eine Route ist, desto genauere Informationen über ein Zielnetzwerk hat dieser BGP-Router. Und das führte dann dazu, zusammengefasst jetzt mal, dass der eine Router plötzlich angefangen hat, immer das AS7007 als den optimalen Pfad anzunehmen, weil eben spezifischere Route und dadurch natürlich alle Pakete dahin weiterzuleiten. In der Folge entstand eine Kettenreaktion, bei der immer mehr autonome Systeme fehlerhafte Routing-Informationen übernahmen und diese falschen Informationen an andere Systeme weitergaben. Die Geschwindigkeit, mit der sich der AS7007 ausbreitete, war atemberaubend. Binnen weniger Stunden waren zahlreiche Internetanbieter und Websites betroffen, beziehungsweise offline. ISPs, Websites, alle, die auf das AS7007 irgendwo angewiesen waren, ganze Unternehmen konnten nicht mehr agieren. Im Nachhinein ist es natürlich leicht zu sagen, ah klar, der Router da, der, einfach kurz alles wieder zurücksetzen und dann geht das wieder. In der Praxis ist es aber deutlich schwerer, oder zumindest war es das. Bis der Fehler überhaupt zu erkennen war, konnte man ja schon die Routing-Anomalien weltweit beobachten, denn wie gesagt, diese Routing-Informationen verbreiten sich zwischen den AS und ihren Nachbarn und dann zu deren Nachbarn wie quasi ein Virus im echten Leben. Als das AS7007 als Problemquelle identifiziert werden konnte, untersuchte man das natürlich genauer, aber dann war es ja quasi schon zu spät. Das bedeutete überall schauen, wo geht eigentlich der Traffic hin und warum kommt nichts mehr raus. Als der Router gefunden war, konnte man das Ganze dann auch beheben und anschließend möchte man natürlich dafür sorgen, dass das nicht nochmal passieren kann, weil war halt nicht so angenehm. Oder dass eben das Ganze auch nicht absichtlich herbeigeführt werden kann. Tja, der AS7007-Ausfall zeigt glaube ich, wie kritisch es ist, strenge Konfigurationsmanagement-Praktiken und Überprüfungsprozesse zu implementieren. Deshalb ist es mittlerweile üblich, Konfigurationsdateien in Versions-Kontrollsystemen wie zum Beispiel Git zu verwalten. Tutorials findet ihr auf der Bootstrap Academy dazu. Habe ich meine Konfig dort, kann ich ja einfach sehen, was in letzter Zeit angepasst wurde und die Änderungen halt schnell rückgängig machen. Auch regelmäßige Audits sind wichtig, um genau diese strengen Richtlinien immer zu überwachen. Ganz besonders hat sich da das Vier-Augen-Prinzip etabliert. Wenn eine Person eine Änderung durchführen will, schaut eine andere vorher einfach nochmal drüber. Fehler passieren und sie sind alles andere als schlimm. Aber wenn man sie vermeiden kann, ist das natürlich umso besser. Auch Notfallstrategien und Incident-Response-Teams wurden durch diesen Ausfall angespornt. Allerdings musste auch die Sicherheit des Border Gateway Protocols selbst verbessert werden. Ist halt nicht geil, wenn beispielsweise ein AS Rogue geht und das ganze Internet zerschießen könnte. Deswegen wurden BGP-Filter eingeführt und Ressourcen-Zertifizierungssysteme wie LPKI, die Resource Public Key Infrastructure, die dazu beitragen, falsche Routing-Informationen zu identifizieren und zu verhindern, dass sie sich im Netzwerk ausbreiten können. LPKI ist im Endeffekt reine Krypto und funktioniert, indem es öffentliche Schlüssel und digitale Zertifikate verwendet, um sicherzustellen, dass die Routing-Informationen korrekt und autorisiert sind. Die zuständigen Organisationen, wie zum Beispiel die Regional Internet Registries, die REELs, stellen diese LPKI-Zertifikate aus, die dann den Besitz von IP-Adressblöcken und AS-Nummern bestätigen. Netzwerkbetreiber können dann sogenannte Route Origin Authorizations, kurz ROAS, erstellen, die angeben, welche autonomen Systeme berechtigt sind, diese IP-Adressblöcke zu verwenden. Damit können BGP-Router dann die Herkunft der ankommenden Routing-Informationen überprüfen und validieren. Wenn eine Routing-Ankündigung mit den Informationen in den ROAS übereinstimmt, wird sie als Valid eingestuft. Wenn die Routing-Ankündigung nicht mit den ROAS übereinstimmt oder keine entsprechenden ROAS vorhanden sind, werden sie entweder als Invalid oder Unknown eingestuft. BGP-Sec, BGP-Security ausgeschrieben, ist ein weiterer Mechanismus für die Sicherheit, der entwickelt wurde, um die Sicherheit von BGP-Routing-Informationen zu verbessern. Während RPKI sich auf die Validierung der Herkunft der BGP-Routen konzentriert, geht BGP-Sec eben noch einen ganzen Schritt weiter, indem es auch die Integrität und Authentizität der gesamten BGP-Pfad-Informationen schützt. Der Hauptunterschied zwischen RPKI und BGP-Sec besteht darin, wie sie die gesamten BGP-Routing-Informationen sichern. RPKI validiert, ob ein autonomes System berechtigt ist, eine bestimmte IP-Adress-Präfix-Routing-Ankündigung zu machen. Es stellt sicher, dass die Herkunft der BGP-Routen korrekt und autorisiert ist, aber es schützt nicht die gesamte AS-Pfad-Informationen. BGP-Sec erweitert den Schutz, indem es eine kryptografische Signatur für jeden Schritt des AS-Pfads verwendet. Jedes AS signiert die ankommende BGP-Update-Nachricht, bevor es sie an das nächste AS weiterleitet. Diese Signatur gewährleistet die Integrität und die Authentizität des gesamten AS-Pfads, wodurch das Risiko von Angriffen wie AS-Pfad-Fälschung oder man-in-the-Mittel-Angriffen einfach reduziert wird. Beide Sicherheitsmechanismen, RPKI und BGP-Sec, zielen darauf ab, die Vertrauenswürdigkeit und Stabilität von BGP-Routing-Informationen im Internet zu erhöhen. RPKI ist jedoch einfacher zu implementieren und wird deswegen derzeit häufiger eingesetzt. BGP-Sec ist komplexer und erfordert eine ziemliche Änderung der gesamten BGP-Infrastruktur. Heutzutage wird RPKI genau deshalb stärker verbreitet eingesetzt. BGP-Sec hätte das Potenzial, ein höheres Sicherheitsniveau zu bieten, aber seine Verbreitung und Akzeptanz hängt so ein bisschen eben auch von der Bereitschaft der Netzwerkbetreiber ab. Und naja, ganz so viel haben wir dann doch noch nicht gelernt von dem AS-7007-V-Fall. Neben RPKI und BGP-Sec gibt es jetzt aber auch Internet-Routing-Registries, kurz IRR, die eine weitere Methode zur Verbesserung der Sicherheit und Stabilität von BGP-Routing-Informationen bieten. IRRs sind im Wesentlichen Datenbanken, die Routing-Informationen wie IP-Adressbereiche, autonome Systeme und Routing-Richtlinien enthalten. Netzwerkbetreiber nutzen die Informationen, um ihre Routing-Konfiguration zu erstellen und die Verbreitung von fehlerhaften oder gefälschten BGP-Routen zu verhindern. Die in den IRRs gespeicherten Routing-Informationen können dann von anderen Netzwerkbetreibern verwendet werden, um ihre BGP-Konfiguration abzugleichen und inkonsistente oder fehlerhafte Routing-Informationen zu identifizieren. Obwohl IRRs zwar ganz gut für Sicherheit und Stabilität sind, haben sie aber auch Nachteile. Veraltete oder inkonsistente Daten zum Beispiel, da die Informationen eben von den Netzwerkbetreibern aktualisiert werden müssen. Im Gegensatz zu RPKI bieten IRRs auch keine Mechanismen zur Authentifizierung der in ihren Datenbanken gespeicherten Daten, wie das eben bei RPKI der Fall ist. Außerdem müssen für IRs Manuell-Arbeit von Netzwerkbetreibern reingesteckt werden, um die Routing-Informationen zu erstellen und abzugleichen. Manuell ist selten eine gute Idee, vor allem wenn man aktuelle Informationen braucht. Dann gibt es auch noch Manners, die ja auch im Internet wichtig sind. Mutually Agreed Norms for Routing Security, Manners, ist eine globale Initiative, die darauf abzielt, die Sicherheit und Stabilität des Internets, blablabla. Wir kennen das Ganze durch die Förderung von Best Practice und Zusammenarbeit in der Routing-Infrastruktur zu verbessern. Manners wurde 2014 ins Leben gerufen und hat sich seitdem zu einer bedeutenden Gemeinschaft von Netzwerkbetreibern, Content Delivery Networks und Internet Exchange Points entwickelt, die sich alle dazu verpflichtet haben, gemeinsam an der Verbesserung der Routing-Sicherheit im Internet zu arbeiten, damit eben genau solche Ausfälle nicht nochmal passieren können. Die Mitglieder von Manners verpflichten sich, vier grundlegende Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Manners-Mitglieder stimmen zu, Routing-Informationen an den Grenzen ihres autonomen Systems zu filtern, um die Verbreitung von fehlhaften oder gefälschten Routen zu verhindern. Die Mitglieder verpflichten sich aber auch, Anti-Spoofing-Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass gefälschte Quell-IP-Adressen in ihrem Netzwerk verwendet werden. Manners-Mitglieder sind verpflichtet, effektive Kommunikationskanäle für die Zusammenarbeit mit anderen Netzwerkbetreibern bereitzustellen und auf Sicherheitsvorfälle in angemessener Zeit zu reagieren. Und Mitglieder stimmen zu, ihre Routing-Informationen in öffentlichen, zugänglichen Repositories, VEELs und RPKI-Systemen zu veröffentlichen, um die globale Validierung und Verifizierung von BGP-Routen zu ermöglichen. BGP-Sec ist, soweit ich weiß, aber keine Pflicht. Leider. Und dann gibt es dann noch die Best Current Practice 38, BCP 38, auch bekannt als Network Ingress Filtering. Ist eine neue Richtlinie, die darauf abzielt, die Sicherheit und Stabilität des Internets zu verbessern, indem sie die Verbreitung von gefälschten oder ungültigen Quell-IP-Adressen in IP-Datenpaketen verhindert. Ihr merkt einen Zusammenhang, denke ich mal. BCP 38 wurde ursprünglich im Jahr 2000 im RFC 2827 veröffentlicht, wurde aber immer mehr erweitert. BCP 38 möchte, sagen wir, Netzwerkbetreiber ermutigen, strenge Ingress-Filterungen an den Grenzen ihrer Netzwerke durchzuführen. Durch die Implementierung von dieser Ingress-Filterung können Netzwerkbetreiber garantieren, dass IP-Datenpakete, die aus dem Netzwerk rausgehen, nur gültige IP-Adressen enthalten, die eben innerhalb des eigenen IP-Adressraums des autonomen Systems liegen. Das Ganze gibt es für IPs, Ports und Protokolle. Und, wer hat die Reihe zu Identity und Access Management gesehen, wird mit Access Control Lists implementiert. Zumindest häufig. Das Ganze reduziert natürlich DDoS-Angriffe, weil es einfach keine gefälschten Quell-IP-Adressen mehr geben kann. Und dadurch können sich auch Botnetze einfach keine Falsch mehr in ihr Datenpaket reinschreiben. Denn DDoS-Angriffe basieren häufig auf IP-Spoothing in der Quell-IP-Adresse. BCP 38 führt dann aber auch dazu, IP-Datenpakete leichter zurückverfolgbar zu machen, da die Quell-IP-Adresse gültig und innerhalb des IP-Adressraums des sendenden Netzwerks liegen muss. Zugegeben, nicht alle dieser Maßnahmen gehen nur auf AS7007 zurück. Aber so ein Ausfall ist eine Schreckenssituation und wir sehen auch, wie diese ganzen Maßnahmen alle zusammengreifen. Und naja, das Ganze hätte natürlich deutlich schlimmer noch enden können. Bedenkt, was passiert wäre, wenn das AS7007 nicht aus Versehen, sondern mit Absicht diese falsche Konfiguration geladen hätte. Ein Ausfall hätte wirklich eine ganz schön lange Zeit gebraucht, bis er repariert gewesen wäre. Deswegen bin ich im Zeitalter von staatlichem Hacking und riesigen Angriffsbudgets dann doch froh, dass man nun Gegenmaßnahmen hat, die auch wirken. Was meint ihr? Sollte man BGP-Sec auch noch verpflichtend machen oder reicht das, was wir haben?